Wir müssen heute trainieren, um Mädchen zu klären. Und das Ganze natürlich nur in Roblox, Leute. Denn ich habe einen richtig krassen Roblox-Simulator gefunden, wo man ernsthaft einfach richtig krasse Muskeln bekommen muss, um danach einfach Mädchen zu beeindrucken. Aber ich würde sagen, seht einfach selbst, lasst ihr doch noch oben da abonniert. Und jetzt viel Spaß. So, Leute, wir sind in Roblox angekommen. Und ich würde sagen, bevor wir rein starten, muss ich euch erst mal das Spiel zeigen, weil ich will, dass ihr seht, dass ich keinen Spaß mache. Ihr seht das Spiel. Es heißt wirklich Training, um Mädchen zu beeindrucken. Und das werden wir jetzt spielen. Ich bin extremst gespannt. Ich habe tatsächlich auch wieder ein paar Roblox aufgeladen, die wir ausgeben werden, um hier der krasseste Junge zu werden, um auch am meisten Mädchen zu klären. Deswegen würde ich sagen, Leute, wir drücken jetzt auf Spielen und gucken mal, was passieren wird. So, okay, wir sind im Spiel angekommen, Leute. Und ich sehe, ich habe einfach eine Coca-Cola. Würdest du mir sagen, wir müssen Coca-Cola heute trinken, um hübsch zu werden? Oder für was brauche ich die? Und so wie es aussieht, Leute, stehen hier einfach wirklich Mädchen. Und ihr seht, man muss eine gewisse Armkraft haben, um die zu beeindrucken. Und hier, hier ist die Angel. Die will einfach 468.000 Armstärke. Leute, wir kriegen das auch so hin. Denn auf TikTok würden jetzt alle sagen, wir sind ja mega Rizzler. Ich zeige euch, Leute, wir klären die direkt. Passt auf. So, Freunde, und jetzt ganz kurz, bevor es mit dem Video weitergeht, das heutige Video wird unterstützt von Honkai Star Rail. Ich denke, die meisten von euch sollten das Spiel mittlerweile kennen. Doch heute reisen wir gemeinsam durch die Abenteuerwelt von Panaconi. Deswegen ladet euch das Ganze unbedingt kostenlos herunter. Denn wie ihr sehen könnt, ist das Spiel ein Universum voller Entdeckungen, Spielspaß und vor allem auch richtig coolen Kämpfen. Außerdem nicht zu vergessen ist hier coole Multiplayer-Modus, den ihr mit euren Freunden spielen könnt, um gemeinsam richtig krasse Endbosse zu besiegen oder zum Beispiel auch coole Hindernisrennen zu machen. Und durch die ganze Mission könnt ihr euch dann völlig kostenlos sogenannte Stellar-Shades freischalten. Mit diesen könnt ihr euch dann richtig coole Charakter kaufen, um der Held von Panaconi zu werden. Aber jetzt was richtig cooles, und zwar könnt ihr Honkai Star Rail jetzt tatsächlich auch auf ProBlogs spielen und dabei einer der ersten sein, die sich völlig kostenlos richtig coole und exklusive Outfits freischalten. Deswegen geht unbedingt auf den ersten Link in der Beschreibung und ladet euch Honkai Star Rail noch heute kostenlos herunter und werdet Teil der Community. Und jetzt würde ich sagen, weiter mit dem Video. Wir klären die. Ach so, da kommt irgendein Dude und den müssen wir fertig machen, um sie zu beeindrucken. Und ich glaube, der hat mich verhauen, Leute. Ich probiere es nochmal, wartet. Wir müssen erst ihren Freund platt machen. Passt auf, das kriege ich. Ja, okay, er ist stärker. Okay, okay, pass auf. Angel, ich komme gleich wieder. Ich mache deinen komischen Freund gleich kaputt. Aber ich glaube, davor müssen wir ein bisschen mehr Cola trinken, Leute. Guck mal, wenn wir Cola trinken, bekommen wir Energie. Und ich glaube, desto mehr Energie wir bekommen, desto besser können wir quasi auch trainieren. Weil ihr seht, es gibt hier quasi richtig viele verschiedene Gym-Geräte, sind das, glaube ich, oder? Guck mal hier. Ah, wir müssen... Oh! Oh, das ist richtig cool gemacht, das wir im Gym. Wir müssen hier so richtig trainieren. Guck mal, Leute. Ich muss hier drauf drücken und dann können wir hier so Dinger hochheben. Wir haben gerade mal 16, 20. Digga, wie soll ich denn eine halbe Million davon bekommen? Können wir direkt die schweren Dinger heben? Oh. Oh, du bist zu schwach. Ja, okay, okay. Ich brauche ein bisschen mehr Stärke. Kriege ich die vielleicht wenigstens? Ah, lol. Leute, wenn man daran probiert, hier die Dinger hochzuheben, dann geht die Energie verloren. Ah, ich habe keine Energie mehr, Leute. Und man muss jetzt quasi, ich glaube, wieder neue Cola trinken, um Energie zu bekommen. Und wenn ich wieder Energie habe, dann kann ich quasi wieder trainieren. Ey, das ist aber echt cool gemacht, Leute. Ja, wieder zu wenig Energie. Okay, das heißt, wir brauchen ganz viel Energie, Leute. Wir müssen das irgendwie ein bisschen schneller machen. Lasst mich hier erst mal ein Geschenk abholen. Nochmal 100 Armstärke. Sehr gut. Quest gibt es auch noch. Okay, sammeln wir ein. Und jetzt würde ich gucken, Leute. Es gibt doch bestimmt irgendwas, was wir hier kaufen können, oder? Was ist das denn? Ist gepetzt? Oh, ich habe wieder ein paar Robux, die ich wahrscheinlich ausgeben werde. Aber wir kaufen hier erst mal doppelte Energie. Leute, Standard in jedem Video. Ihr wisst, alles mal. Zwei auf jeden Fall. Ganz wichtiger Hase wird sich gekauft. Auf jeden Fall direkt hier. 480 Robux ist ein Schnapper. Doppelte Power wird hier auch direkt gekauft. Das ist auch ein Schnapper, Leute. Zack, zack, zack. Und eingekauft. Und damit uns der komische Dude da nicht platt macht, Leute, wenn wir stärker sind. Deshalb kaufen wir auch direkt nochmal das doppelte Leben, Leute. So. Und vielleicht noch irgendwas. Provide huge energy. Junge, das kostet 1600. Junge, ich bin nicht reich. Übertreib mal nicht hier. Was ist das hier? Potions? Potions sind auch sehr, sehr underrated, Leute. Wenn wir von jedem eins haben für eine halbe Stunde, wäre das auch übel OP. Würde ich sagen, kaufen wir uns auch einfach mal. Lucky Potion auch wichtig. Damit haben wir eine höhere Wahrscheinlichkeit, bessere Pets zu bekommen. Und jetzt würde ich sagen, kaufen wir uns auch direkt noch ein richtig krasses Ei. Und zwar auch direkt 10 Stück von den goldenen Eiern. Kostet 2000 Robux. Macht es nicht nach. Es ist viel zu teuer. Aber ich würde sagen, wir werden nicht Lumex und mir nicht immer Robux ausgeben würden. Deswegen würde ich sagen, haben wir jetzt hier 10 Eier gekauft. Und wir bekommen als allererster... Ich habe zwei Legendäre. Warte mal, sind die krass? Hä? Ich will den OP haben. Mach das nicht nach. Okay? Mach das einfach nicht nach. Okay? Einfach nicht nachmachen. Noch mal 2100 Robux. Secret. Ist das der? Ne, ne. Ich habe zu viel davon. Mütig. Wir haben den krassen, Leute. Oder ist das der hier? Der Mütige? Ne, Secret. Hä? Wir haben richtig viel. Warte mal. Habe ich den OP bekommen? Das ist der krasse. Den habe ich sogar richtig oft bekommen. Okay. Wie viel kommt... Digga, wir können gerade mal drei ausrüsten. Okay. Das müssen wir auch ändern, Leute. Ein Haustier-Slot. 80 Robux. Digga. Leute, ich habe hier in den ersten fünf Minuten noch nichts gemacht, außer Robux ausgegeben. Okay? Aber wir gehen gleich trainieren. Ich kaufe mir nur noch ganz kurz ein paar Haustier-Slots. Und dann werdet ihr sehen, Leute. Wir werden first try direkt hier die Angel. Die werden wir direkt hier ein bisschen beeindrucken. Und dann werden wir auch direkt das erste Mädchen klären. So, wir haben nämlich jetzt insgesamt acht Haustier-Slots. Und wir können die Pets auch upgraden, weil wir mehrere haben. Deswegen machen wir direkt ein großes Pet draus. Zack. Daraus auch nochmal ein großes. Digga, wir können so viele große Pets machen. Davon können wir auch ein großes machen. Davon können wir auch ein großes machen. Ah, das reicht nicht mehr aus. Aber wir müssen jetzt, glaube ich, richtig viele krasse Pets haben. Oh, oh, oh. Und wenn ich jetzt eine Cola trinke... Digga, ich kriege trotzdem nur zwei... Digga. Hä? Ah, ich glaube, Leute. Ich glaube, das gibt nur einen Arm-Boost. Ich glaube, das gibt keinen Cola-Boost. Was ist das hier? Easy. 14.000! Extrem, einmal. Digga, was? Was? Leute. Ist das was? Wir haben direkt 150.000, Bro. Okay, wir brauchen eigentlich nur Cola jetzt, Leute. Aber Cola gibt zu wenig. Wir brauchen mehr Energie, Leute. Warte, lass mich am Glücksrad trinken. Gibt es hier irgendwas? Wir haben fünf Glücksrad-Spins, Leute. Wir brauchen mehr Energie. Habt ihr eine Idee, wie wir mehr Energie bekommen können? 40. Okay, warte mal. Das hat schon mal einen sehr guten Boost gegeben. Gibt es hier noch irgendwas? Gibt es hier noch irgendwas? Es gibt alles keine... Keine Cola-Energie. Ey, ich glaube, wir können gleich die Angel direkt beeindrucken, Leute. Und können die klären. Ich sage euch ehrlich. Wir haben jetzt 450.000. Ey, Leute. Guck mal. Wir sind ja nicht wir, weil wir nicht wir sind, sondern wir sind wir, weil wir Robux ausgeben und deswegen jetzt direkt das krasseste Bitch von allen klären. So, ihr, ihr dachtet wirklich, ihr seid krass genug? Ne. Ich kläre mir hier direkt die krasseste. 468.000. Die ist immer noch zu krass. Egal. Leute, wir klären die trotzdem. Passt auf. Wir machen deren Freunde jetzt fertig. Komm her, du Kleiner. Digga, willst du mir sagen, der hat mich gerade... Hör auf zu lachen. Das ist nicht lustig. Ich kläre dich gleich noch. Pass auf. Digga, die ist immer noch zu krass, Leute. Die hat uns ausgelacht. Junge. Wir brauchen mehr Cola. Gib mal mehr Cola jetzt hier. Wie bekomme ich mehr Cola? Hier, die Pads geben alle nur... Weiß nicht. Ich kaufe mir jetzt nochmal so ein Pad, Leute. Das kostet 600 Robux. Wir kaufen das einfach. Ich will, dass wir... Dass wir, äh... einen Multiplayer für Cola bekommen. Das kann doch nicht sein. So, Pads. Boah. Boah. Das gibt richtig krassen Boost, Leute. So. Aber wir kriegen trotzdem nur 20 Cola. Wir müssen doch irgendwo Cola upgraden. Was kann man hier machen? Gibt's Burger? Oh! Ah! Ich wusste, es muss irgendwas geben, Leute. Hier kann man das Essen upgraden. Guck mal, man kann hier... Für 250.000 eine Pizza sich holen. Ja. Guck mal. Und jetzt? Jetzt bekommen wir schon 180. Okay, Leute. Jetzt habe ich den Simulator gecheckt. Das macht schon viel, viel mehr Sinn. Guck mal. Ja, Leute. Und jetzt? Jetzt können wir auch direkt hier richtig krass trainieren. Guck, direkt extrem machen wir. Zack. Ja. Easy, Leute. 600k. 800k. Ticker, wir haben den Simulator schon durchgespielt, Leute. Wir klären hier gleich jedes Mädchen. Ich sag euch das. Eine Million. 1,6 Millionen. Junge, was wollt ihr alle? Ich kläre eure Mädchen gleich. Pass auf. So. Komm, wir machen die 2 Millionen noch voll, oder? Ne, das schaffen wir nicht. Egal. Das würde reichen. Was kann man hier machen? Ich glaube, hier kann man sich Leben dazu verdienen. Ne, auch nicht. Ah, ich habe keine Ahnung, was mein Leben jetzt braucht, Leute. So, was ist das? Okay, easy. Okay, wir haben jetzt fast 2 Millionen, Leute. Wir klären uns das Mädchen jetzt. Wir klären uns das Mädchen jetzt. Aufgepasst. Ja, dein Freund hier, der kann gar nichts machen. Hier, guck mal. Hier. Bam, Junge. Bam, Junge. Hier, wir haben sie geklärt. Und jetzt haben wir Leben dazu bekommen. Wir haben jetzt 1200 Leben. Leute, wir klären sie nochmal. Wir klären sie doppelt, weil wir so krass sind. Hier. Deren Freund kann nichts machen. Haha. Okay. Das Ding ist jetzt, wie viel Leben brauchen wir, um in die nächste Welt reinzugehen? Ich glaube, das ist diesmal nicht mit Trophäen oder mit Siege. Das ist quasi mit Herzen, Leute. Quasi mit, das ist, äh, wie nennt man das jetzt? Äh, ich hab keine Ahnung. Das ist jetzt der Klär, die Kläranzahl. Wie viel Mädchen wir schon geklärt haben, Leute. Haha. Okay, wir müssen sie noch ein paar Mal klären, Leute. Digga, das ist auch krank. Was ist eigentlich mit Simulator, Digga? Man muss einfach Mädchen klären, Digga. Haha. Okay, das ist schon 3.000 Herzen, Leute. Wir klären sie einfach nochmal. Komm her, Kollege. Ich mach dich verblatt, Alter. Der wird einfach ins Wasser reingeschubst, ne? Guck mal, hier ist einfach Wasser. Haha. Junge, ich will nochmal ein Geschenk ab, Leute. Zack. 15 Herzen. Und, Junge, kann ich die Pads ausscheiden? Digga, ich seh gar nichts mehr. Junge, ich hab so viele Pads. Ich seh absolut gar nichts. Aber egal, komm, lass noch ein bisschen was essen, Leute. Die Quest, was ist das? Keine Ahnung, was das ist, Leute. Was ist hier? Gibt's irgendein Event? Oh, wir haben vier Eier, Leute. Wir können noch ein paar krankere Eier aufmachen. Sehr geil. Oh, episch. Ich hab keine Ahnung, ob die gut sind. Der gibt nur 100... Nein! Legendär. Hier, 5% Wahrscheinlichkeit. Und, 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 und. Leider war Schmutz. Und der? Komm, 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 komm. Ja, okay. Ich weiß nicht, sind die gut? Sind die gut? Ich glaub, der war gut. Okay, der ist gar nicht mal so kacke, tatsächlich. Okay, nehm ich mit? Okay, jetzt lasst uns noch mal hier ein bisschen trainieren. Hier am Boxstack, Leute. Zack. Direkt hier den, den schweren nehmen wir direkt. Bam, bam, bam. Hier, guckt euch das an, Leute. Hier wird trainiert, Junge. Zack, zack, links, rechts mit der Faust und... Ey, wir, Leute, ich sag euch ehrlich. Die Energie nehmen wir direkt. Und damit kaufen wir uns direkt hier nochmal ein krasseres Essen, ne? Was uns mehr Energie gibt. Wir können uns direkt jetzt hier den Proteinshake kaufen für 1,2 Millionen. Aber guck mal. Guck mal, was der... Guck mal, wie OP das ist. Guck mal, wie viel Energie wir dadurch bekommen, Leute. So. Wir können uns noch Eier kaufen mit, äh, mit Herzen. Aber wir kaufen uns keine Eier. Wir wollen nämlich gleich in die nächste Welt reingehen. Deswegen würde ich sagen, wir klären die Angel nochmal. Hol deinen Bodyguard raus. Der bekommt eins auf die Mütze hier. Runter mit dir. Meine Plattform. Dann haben wir uns Wasser reingeschubst. Direkt nochmal. Wir klären dich so lange. Gib einfach deine Handynummer. Leute, wir brauchen ihre Handynummer. Es reicht noch nicht. Wir müssen sie noch ein bisschen öfters klären. Wir brauchen ihre Handynummer. So, komm schon. Gib deine Nummer jetzt endlich. Wir haben keinen Bock, uns Nummer zu geben. Ja, weißt du was? Dann kaufe ich mir halt hier Snapscore. Hier, wir kaufen uns mehr Herzen, Leute. 400 Robux. Ich ging einmal 7.000 dafür. Das ist schon ein bisschen Scam. Egal, wir kaufen uns das, Leute. Bam. Mit 16.000 Herzen. Ich glaube, damit sollten wir eigentlich easy in die nächste Welt reinkommen. Und da chillen bestimmt noch heißere Mädchen, Leute. Wir gucken einfach. Bam. Und. Boah, was ist das? Hier ist alles so, hier ist so eine Waldparty, Leute. Uuuuh. 37 Billionen brauche ich für dich. Die Galadril. Was ist das für ein Name? Die ist ja nicht mal, die ist ja nicht mal, die ist nicht mal hübsch. Okay. Kriegen wir die, kriegen wir die erste hin? Da braucht man 1, ja, Digga, man braucht 3 Millionen. Ich habe gar nicht mal 1,1 Millionen. Egal, Leute. Ich glaube, wir müssen ein bisschen mehr trainieren gehen. Wir müssen uns in Energie den Botein-Check hier reinkluxen. So, trink mehr davon. Trink mehr. Komm schon. Sollst du mehr trinken, habe ich gesagt. Trink. Ich bin einfach in meinem eigenen Kopf drin, Leute. Trink mehr. Wir haben jetzt 5K. Damit sollten wir eigentlich easy trainieren können. So. Minus 150. Boah, tschüss, Leute. Guck mal hier. Guck mal, wie schnell das geht. Wir haben jetzt schon wieder gleich 2 Millionen zusammen. Du musst mehr drücken. Drück mehr. Ich habe das Schwerste ausgerüstet und nehme trotzdem die kleinste Platte. Das macht auch keinen Sinn. Oh, komm schon. Komm schon. 3 Millionen haben wir gleich. Okay, wir wechseln jetzt mal zur Mathe, Leute. Auf der Mathe können wir, glaube ich, Sit-Ups machen. Minus 300. Boah, die ist richtig OP, Leute. Die geben richtig krass. Die geben 400.000. 400.000 Armstärke geben die. Ja, drück weiter. Du schaffst das. Junge, wie soll ich denn 32 Billionen bekommen? Das ist ja unmöglich gefühlt. Digga. Die macht alle auf teuer, die Mädchen. Ich sage ehrlich, Leute. Okay, wir öffnen nochmal Glücksrad nebenbei, Leute. So, komm schon. Gönn das 1%-Pet. Gönn. Ach, Schmutz. Gönn nochmal. Komm schon. Gönn 1%-Pet. Gönn. Ach, Schmutz. Komm, letzter Spin. Letzter Spin. Letzter Spin. Drück die Daumen. Wir brauchen das Pet. Mit 7 Millionen sollten wir eigentlich das erste Mädchen erklären können. Das ist die Syl. Was ist das für ein komischer Name? Egal. Komm her. Was ist das für ein Bodyguard? Der ist ja... Der ist auf den Mund geflogen. Wir klären uns direkt... 40 Millionen, willst du? Irgendwie groß ist dein Bodyguard. Hallo? Hm. Ja, okay. Der war ein bisschen stärker als wir, Leute. Ich glaube, wir müssen ein bisschen mehr trainieren. Okay, okay. Ich muss mehr trinken, Leute. Trink mehr. Trink mehr. Leute, wir müssen upgraden. Wir brauchen... Wir brauchen... Ey, wo ist der... Wo ist der Food? Der Foodtruck. Wir brauchen krasseres Essen. Hallo? Wo ist der Foodtruck? Hier gibt es keinen Foodtruck. Ey, hallo! Okay, ich bin zurück in die andere Welt, Leute. Wir müssen hier zum Foodtruck. Und wir können uns nämlich jetzt direkt... Den Hotdog kaufen. Für 6 Millionen. Gibt der mehr Boost? Wir gucken mal. 300 gibt der. Boah, der ist krass, Leute. Der ist OP. Wir haben noch ein Gift. Holen wir auch ab. So, zack. Nochmal 100. Abholen. Easy. Und jetzt geht es weiter in die nächste Welt, Leute. So, der Hotdog wird sich reichen können, Leute. Guckt euch das an. Lecker, lecker, lecker. Und weiter. Leckerei mit dir, junge Hotdog. Lecker, lecker, lecker. So, jetzt geht es hier zum Trainieren, Leute. Wir müssen jetzt hier nochmal richtig viel stemmen. Komm schon. Und zieh. Und nochmal. Und nochmal. Aber das dauert vor lange. Ich glaube, Kniebeuge sind viel stärker, Leute. Die geben nämlich... Die geben 400.000 direkt hier. 1 und 2 und 3, Leute. Aber wie soll ich 32 Billionen bekommen, Leute? Ey, ich glaube, das ist sogar auch die letzte Welt. Also, ich glaube, das ist wirklich der krasseste Boss. Beziehungsweise das krasseste Mädchen im ganzen Roblox-Simulator, Leute. Ey, ich glaube nicht, dass wir das heute schon geklärt bekommen. Weil ich meine, wir brauchen 40 Millionen alleine für das nächste Mädchen. Für das zweite Mädchen, um es zu klären. Also, ich weiß nicht, was ich noch machen soll. Ich kann mir maximal noch ein paar Haustiere kaufen. Wir kaufen uns nochmal 10 Eier davon, Leute. Dann sind meine Roblox auch fast wieder alle. Dann habe ich wieder 10.000 ausgegeben heute. Ich würde sagen, wir geben nochmal 800 aus. In der Hoffnung, dass wir nochmal ein krasses Pad bekommen. Und, und, gant, 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 gant. Mythisch. Wir haben Dominos Evil bekommen. Und ganz viele Secret Pads. Das sind, glaube ich, die besten. Das ist sehr, sehr nice. Ich würde sagen, wir können auch direkt upgraden. Zack. Machen wir zu einem großen. Machen wir zu einem großen. Ähm, das reicht nicht. Huge können wir auch nicht machen. Ne, das reicht alles nicht, Leute. Okay, wir haben jetzt... Ich rüste aber nochmal die besten aus. Und ich würde sagen, wir createn nochmal auf 10 Slots insgesamt ab. Dass wir insgesamt 10 Pads ausrüsten können. Ich glaube, das würde auf jeden Fall ausreichen, um nochmal einen krasseren Multiplayer zu bekommen. Weil 10 Slots ist schon krass, Leute. Okay, komm. 10 Slots. Beste ausrüsten. Zack. Und jetzt bekommen wir hier 450.000. So, jetzt reicht aber die Energie nicht mehr. Wir machen die klein nochmal. So, normal. Zack. Medium können wir noch machen. Wir haben jetzt fast 10 Millionen schon, Leute. Aber das reicht trotzdem noch nicht. 40 Millionen brauchen wir, Leute. Okay, das heißt, wir müssen nochmal... Wir müssen nochmal zurück, Leute. Und müssen nochmal was krasseres zu essen kaufen beim Foodtruck. Wie viel Energie beziehungsweise wie viel Armkraft brauchen wir? Man kann sich... Digga, das kostet 1500. Ja, Digga, so viel habe ich gar nicht mehr. Das nächste kostet 62 Millionen, Digga. Bro, ernsthaft. Leute, es bleibt beim Hotdog. Wir müssen... Wir müssen weiter in den Hotdog essen. Es tut mir leid, Leute. Digga, wir haben jetzt gleich... Wir haben jetzt schon 7.000. Ich würde sagen, geht nochmal in den Boxsack ran, Leute. Boxsack auch OP. So, das können wir nämlich hier richtig schnell schlagen. Wenn man hier richtig durchspampt, ist Boxsack vielleicht auch die Meta. Hier. Wir können nämlich ganz weit durchspammen einfach. Das dauert aber auch lange. Ich glaube, echt Kniebeuge bleibt die Meta, Leute. Direkt minus 300. Zwei Sekunden Cooldown. Okay. Ey, Leute, wir brauchen 40 Millionen für das nächste Mädchen. Warum macht die so krass, Mann? Junge, ich spam hier schon mit meiner Maustaste die ganze Zeit. Komm schon. Wir brauchen mehr Stärke. Wir müssen die Mädchen beeindrucken. Komm schon, Lumix. Junge, unsere Energie ist gleich wieder alle. Obwohl wir schon so viele krasse Pads haben, ne? Das macht gar keinen Sinn. Das ist viel zu overpowered. 20 Millionen haben wir, Leute. Okay, noch ein bisschen mehr Hotdog essen. Wir können ja so lange noch mal auch die hier klären. Wir klären einfach die für drei Millionen noch mal. Der ist nämlich easy. Hier, raus mit dir. Die hat uns ein Herz geschenkt, Leute. Aha, direkt noch mal klären. Gut, wir klatschen dich weg, Junge. Komm hier. Junge, ist das dumm. Okay, Leute. Mit 20.000 Herzen. Damit können wir uns halt richtig krasse Eier kaufen. Wir futtern jetzt noch ein paar Hotdogs rein. Und dann klären wir uns gleich das krasseste Mädchen hier im ganzen Simulator. Das müssen wir heute noch klären. Wir können jetzt nicht aufgeben, Leute. Wir müssen heute noch die Undine klären. Der, ich habe keine Ahnung, was das für Namen sind, Leute. Aber die ist doch ganz fresh. Aber ich glaube, die findet das nicht so fresh. Wenn wir vor der einfach einen Hotdog reinmampfen. Ist auch ein Hotdog. Hier, nimm auch rein. Gönn dir. Oh Mann, Leute. Ich glaube, 10.000 Energie sollten ausreichen, um 40 Millionen Armstärke zu bekommen. Komm schon drin hier weiter. Fress mehr Hotdogs. Und noch einer. Und noch einer. Leute, wir schaffen das. Schaube an mich. Und noch einer. 25 mehr. Und Junge, das dauert so lange, Alter. Turnier schneller. Schneller. Eins. Gibt es hier irgendwas, was mir einen schnelleren Boost gibt, Leute? Ich habe keine Ahnung. Gibt es hier irgendwas? Ich glaube nicht, oder? So weit huge Energie. Ja, was ist das denn? Aber ich habe keine Ahnung, Leute. Egal. Wir haben jetzt gleich 30 Millionen, Leute. Wir machen Fortschritte. Wir machen hier Fortschritte auf jeden Fall. So. Ich glaube, unsere Energie wird nicht ganz reichen. Wir brauchen nochmal. Ich glaube, nochmal. Nochmal. Ja, wir brauchen nochmal 4000 gleich. Ich glaube gar nicht, wie sehr mein Finger hier am durchdrehen ist. Ich bin so am Spam. Aber wir brauchen jetzt wieder mehr Energie. Wir müssen kurz Hotdog fressen. Komm. Willst du vielleicht ein Hotdog? Ey, Leute, wisst ihr was? Ich probiere einfach jetzt die hier für 37 Millionen kurz. Wir testen einfach mal. Okay. Du hättest mir doch wenigstens ein bisschen eine Chance lassen können, Junge. Kriegen wir die vielleicht für 40 Millionen schon? Obwohl wir nicht anders... Oh, oh, oh mein Gott, warte mal. Oh mein Gott, wir können nicht schaffen. Leute, Leute, Leute. Wir könnten es aber actually nicht schaffen, auch mit weniger. Ich habe eine Taktik, Leute, wartet. Eine Taktik, Achtung. Ich konnte nicht mehr... Warte. Hier, so, Leute. Digga, das kann nicht sein. Warum ist er so stark? Warte, einen letzten Versuch, Leute. Einen letzten Versuch. Eine Idee habe ich noch. Oh, 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 OP, OP. Das geht, das geht. Warum holt er so auf... Digga, warum holt er so aufrandom? Bro. Habt ihr gesehen, wie er langsam immer so aufgeholt hat? Übel der Scam, Alter. Ja, okay, wir müssen doch weiter Hotdogs fressen, Leute. Es wird noch nichts. Es reicht auch noch nicht. Wir brauchen 40 Millionen, okay. Für den Flex. Wir haben unter 40 Millionen. Und für den Ultra Flex besiegen wir ihn trotzdem, Leute. Passt auf. Sie braucht 40,3 Millionen. Wir machen es auch mit 39,8 Millionen. Ich würde sagen, Ladies and Gentlemen, macht euch bereit. Für das Ende des heutigen Simulators. Für das hübscheste Mädchen, was wir jemals gesehen haben. In der Hoffnung, dass wir auch ihre Nummer direkt bekommen. Wir greifen an. In 3, 2, 1. Und jetzt wirst du geklärt. Diesmal mache ich dich platt, Junge. Ja, Bro. Hallo, ey, komm. Lass mir eine Chance, Bro, Bro, Bro. Bro, bitte. Ich will nur nicht mehr mit den Mädchen klären, Junge. Ja. Ha, 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 ha. Boom, Leute. Wir haben ihn. Obwohl wir nicht mal 40 Millionen hatten. Direkt nochmal. Ey, Leute. Wir haben es hier geklärt. Wir haben 80.000 Herzen dafür bekommen. Ey, ich will direkt nochmal. Wir klären es dann ein allerletztes Mal, Leute, um mir zu zeigen, dass wir der Krasse sind. Ja. Ab ins Wasser mit dir. Leute. Wir haben heute eins der hübscheste Mädchen hier geklärt. Und ich würde sagen, wenn euch das Ganze gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da abonniert. Und schreibt unbedingt in die Kommentare, welchen Rockhocks ich hatte, wir als nächstes spielen sollen. Ansonsten checkt noch eins dieser beiden Videos hier ab. Und bis dahin, ich bin raus. Ciao.